Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront, heute mal wieder mit meinem Kumpel am Start, heute mal im Luftkampfmodus, wo ich in der letzten Folge doch kläglich versagt habe. Heute mal ein bisschen anders. Versuchen wir mal, ob das Ganze hier funktioniert. So, wir spielen hier mit einem A-Wing, ist das. So, dann nasch da natürlich erstmal ein KI. Ich finde daran eigentlich auch ganz gut, bloß die Online-Gegner zu holen. Das ist nochmal was anderes. Obwohl es letztendlich nicht so schwer ist. Ah, knappe Kiste, voll. Voll ein mitgekippen. Das ist schon eine sehr fortgeschrittene Folge, wie wir heute aufnehmen, wenn man das so sagen kann. Schon recht viele heute aufgenommen. Wird natürlich auch erstmal reichen. Bis zum bisschen letzter. Sehr schön. Gut, ah, dann ist die Slap-One natürlich auch. Hat natürlich dann auch die Klasse dafür. Ich wusste gar nicht, dass dieser A-Wing wirklich ist. Oder der X-Wing. Die ist auch, glaube ich, sehr schwer, die Helden-Objekte zu holen. Sind wir Han Solo oder... Aber man kriegt hier, glaube ich, recht leicht Punkte. Haltet alle feindlichen Schiffe vor den Berg. Da ist hier wieder die Sklave-1. Aber ich glaube, das Spiel wäre doch noch deutlich interessanter, wenn man leichter verwundet werden könnte. Und aber die Gegner nicht an die Gegner nicht anvisiert werden. Weil insofern finde ich das nicht so toll, weil das eigentlich so ist, dass wenn du den Gegner anvisierst, dann musst du nicht mehr zielen. Dann musst du einfach nur auf den richtigen Winkel hoffen. Wenn dieser Anvisierung nicht wäre, wäre das Spiel ja auch immer deutlich interessanter. Aber, ähm, na, so ist einfach EA. EA ist ja eigentlich, ähm, aus meiner Meinung nach nicht der Beste. Aber in Star Wars Battlefront machen sie einen ganz guten Job eigentlich. Hier möchte ich aus der Schlacht fliehen. Ich nehme natürlich immer noch meinen Kumpel hier auf. Für euch nehmen wir hier tagtäglich auf und möchten euch die möglichst große Darbietung geben. Natürlich. Ist ja ganz klar. Na, also, ich finde, dass man zu dieser Jägerstaffel echt wenig letztendlich sagen kann. Ähm, deswegen wird es heute ein mehr konzentrierendes Let's Play sein. Wobei ich mich ja sowieso nicht konzentrieren muss. Jetzt müssen wir das Transportschiff erstmal attackieren. Ähm, welchen Modi findet ihr denn von Star Wars Battlefront? Star Wars Battlefront am besten. Also, mir gefällt eigentlich am besten der Modi, der mir am meisten Spaß macht. Ist eigentlich manchmal Vorherschaft, manchmal Helden vs. Schurken. Und der Modi, bei dem man am meisten Kills holen kann, ist, glaube ich, Walker of Sold. Ähm, wenn... Na, Jägerstaffel nicht, aber... Das sind so... Einfach die Modi, wo am meisten Spieler sind. Und, äh, äh, ähm, nicht so coole Modi finde ich. Pracht, Pracht finde ich nicht so krass. Gefecht ist okay. Ja, ja, halt Jägerstaffel finde ich nicht so krass. Droidenalarm finde ich wieder ganz gut. Was so ein bisschen in Capture the Flag erinnert. Aber, äh... Ansonsten kann auch manchmal, wie ich in der letzten Folge doch recht brutal erfahren musste, ähm, Vorherschaft ganz schön nerven. Sehr schön, da hat er eingeholt. Die Zeiten sind kurz. Da holt er sich, holt er sich einen KI-Jäger, ja. Tweaker, ready to see. Also, dieser Nebel ist doch recht sinnlos im Grunde. Äh, der verwirrt nur. Ich denke, dass man das nicht hätte unbedingt einbauen müssen. Hätte man diesen, diesen, ähm, wir hängen einfach nochmal, äh, ne Runde dran hier. Aber natürlich in der nächsten Folge. Und deswegen bedanke ich mich fürs Schluss. Es geht direkt weiter in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Äh, tschau. Äh, tschau.